Die jüngeren Spiele werden das wahrscheinlich nicht kennen. So hat die Diablo-Saga angefangen mit Diablo und seiner Erweiterung Hellfire. Und ich wollte es nach einiger Zeit mal wieder spielen. Das letzte Mal, das ich gespielt habe, ist sehr lange her. Und ich habe mir dazu die GOG-Version geholt, da sie hoffentlich für moderne Systeme optimiert ist. So, dann nehmen wir einen Bogenschütz hin. Hikaru. Normal reicht, ich glaube das ist schon anstrengend. Besonders wenn man den Batschen begegnet, auf Level 2 oder 3 war das. Wir werden es merken. An dem sehr auffälligen Raum. Oh, ich laufe aber schnell. Hikaru broke. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Oh. Hau. 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 Was kann ich für dich tun? Oh, ich habe die alten Stimme verpasst. Hau. Wenn du jetzt eine gute Weibung für dich möchtest, lasst mir das euch zeigen. Geht deine basic blöder Weibung, wie ein Fisch. Fisch sein wie ein Schwachwürdige gegen den meisten der nichtwettersten Wirkungen. Und es ist nichts besser, als schützliche kleine Schäden zu schütteln! Kipf hier. Das ist billig. Kann ich mehr leisten. Was noch? Viel Rüstung gab es damals nicht. Vielleicht Schuhe noch? Wahrscheinlich nicht. Ich gucke mal kurz ins Simultar. Ja, dafür ist man hier raus. Es gibt Kopfschmuck. Also nicht Kopfschmuck, es gibt Helm. Und Rüstung. Dann ein Amulett und zwei Ringer. Waffenslot. Für ein oder zweihändige Waffen. Weil der Bogen ja zweihändig ist. Ja, dann bin ich komplett. Ich versuche mit Escape rauszukommen. Ich habe es gesehen, seit du hier lebst, mein Freund. Alles war erz crucified, bis die Darkriders kamen und unsere Stadt wurde weg. Viele wurden je entversichtlich, da sie standen. Und diejenigen, die die Angst haben, waren soweit, oder geberniert für die Slave- Die Kirche auf der Strecke hat es in den Bringen. Und es ist verwendet, die Darkritschritschritsch Die Kräfte, die dich in der Nacht entdecken, sind menschlich. Aber einige unserer Stadt-Folk können noch überleben. Seid ihr den Weg, der zwischen meiner Tavern und der Blacksmith-Shop liegt, um die Kirche zu finden und zu retten, wer du kannst. Vielleicht kann ich dir mehr erzählen, wenn wir wieder sprechen. Glückwunsch! Danke, dass du... Stimmt, das war ihr Spezialskill. Sie kann versuchen, Truhen zu entschärfen. Deshalb nehme ich sie am meisten. Tag zu Griswold. Man konnte nicht mit den Leuten über die Quests reden, die man gerade bekommen hatte. Okay, das wüsste ich nicht mehr. Tag zu Pepe. Ogdens Barmaid ist ein süßes Mädchen. Seine Großmutter ist ziemlich ill und fährt von Illusionen. Sie klaimt, dass sie Visions sind. Aber ich habe keine Probe davon, dass sie von einem Weg oder dem anderen. Illusionen, Visions... Ich kann den Text nicht testen. Ich verstehe. Deshalb reagieren sie alle noch nicht. Dahin kommen wir später noch. Zum Hellfire-Teil. Mit dem Defiler. Wir haben lange geblieben. Und eine Zeit, um zu erwachen. Eine Scham. Hier ist Adria, die Wälder. Ich habe keine Ahnung, was sie sagt. Dafür brauche ich Untertitel. Die Erde und Wälder und die Kanopäe von einem Haus nicht ein Haus zu schaffen. Der Ingeber Ogden serve mehr für dieses Stadt, als viele verstehen. Er bringt Hilfe für Jillian und ihr Matriarch. Er hat die Leben Farnum gelegt. Er bringt einen Anker für alle, die in der Stadt sind, an dem Tristram zu sein. Seine Tavern und die einfachen Gefühle, die dort noch immer gefunden werden können, vermitteln eine Glimpse an ein Leben, die die Leute hier erinnern. Es ist die Erinnerung, die weiterentwickelt, ihre Hoffnung für eure Erfolg zu geben. Interessant. An den Teil kann ich mich nicht erinnern. So, dann haben wir mit ihr auch noch geredet. Ich brauche etwas zu tun, aber ich kann nicht auf einen perfekten Erinnerung auf. Vielleicht, nachdem du hier bist, ich fühle mich besser, zu fragen. Oh. Spannisk? Aber... Wahrscheinlich dachte ich nicht das mal auf. Ein Mann, der sich wie eine Kuh verkleidet hat. So, Jillian ist hier oben. Oh mein Gott, ich hab dir einen schönen Tag von Tristram für so lange, wie ich mich erinnere. Er weiß so viel, und kann dir nur über alles erzählen. Über fast alles. Und zu guter Letzt gehört. Der kleine Junge, der schlechte Erfahrungen da unten gemacht hat. Und ein Holzbein hat. Pst, hier! 50 Gold. War das für nicht 100? Es wirkt günstig. Nicht jeder in Tristram hat einen Vorteil, oder einen Markt für alles, was du im Labyrinth findest. Nicht sogar ich, so schwer wie es ist zu glauben. Manchmal wird nur du, dass du einen Grund für ein paar Dinge finden kannst. Ein paar Dinge. Ich kann mir im Moment nicht leisten, was er anzubieten hat, selbst wenn ich 50 Gold aufbringen könnte. Die Sachen, die er hat, das ist immer nur ein Gegenstand und er ist meistens gut, aber sehr teuer. Wounded Townsend. Please, listen to me. The Archbishop Lazarus. He led us down here to find the lost Prince. The bastard led us into a trap. Now everyone is dead. Killed by a demon he called the Butcher. Avengers! Find this Butcher and slay him, so that our souls may finally rest. Your death will be avenged. Psst, over here! Ja. I know more than you think about that grizzly thing. His little friends got a hole of me and managed to get my leg before Griswold pull me out of that hole. I'll put it blood. Kill him before I kiss you. And add your corpse to his collection. Schade, dass die Untertitel verschwinden, bevor sie zu Ende gesprungen haben. Kann man wahrscheinlich noch irgendwo einstellen. Good day! How may I serve you, when Farnham said something about a Butcher killing people? I immediately discounted it. But since you brought it up, maybe it is true. Thank goodness you return. The Setonation. Wow, what can I do for you? I saw what Farnham calls the Butcher. As it swathed a path through the bodies of my friends. Ah, he swung a cleaver as large as an axe. Huge limbs and cutting down brave men where they stood. I was separated from the three by a host of small screeching demons. And somehow found the stairway leading out. I never saw that hideous beast again. But his bloodstained visage haunts me to this day. I'm afraid. I'm afraid we're going to go. I'm afraid we're going. I'm afraid we're going. Hello, my friend. Stay a while and listen. It seems that the Archbishop Lazarus goaded many of the townsmen into venturing into the labyrinth to find the king's missing son. He played upon their fears and whipped them into a frenzied mob. None of them were prepared for what lay within the cold earth. Lazarus abandoned them down there. Left in the clutches of unspeakable horrors. To die. To die. What ails you, my friend? By the light, I know this vile demon. There were many that bore the scars of his wrath upon their bodies when the few survivors of the charge led by Lazarus crawled from the cathedral. I don't know what he used to slice open his victims, but it could not have been of this world. It left wounds, festering with disease, and even I found them almost impossible to treat. Beware if you plan to battle this fiend. What ails you, my friend? Ogdens barmaid is a sweet girl. Her grand... And the fellow drinking geese? No one ever listen... Listen to me. Somewhere... I ain't too sure. But somewhere... Out of the church. The whole pile of gold. Green, shine... Just waiting for someone to get it. Big... Big... Cleaver, killing all my friends. Couldn't stop him. Had to run away. Couldn't save them. Trapped in a room with so many bodies. So many friends. Nooo. Atmosphärisch war das schon ein Glanzstück der Reste Teil. Nicht ganz so viel Comedy wie den späteren Teil. Ich fühle mich eine Säule in der Butcher. Es ist ein sadistischer Kreatur. Der leitert in der Torturie und Schmerz der anderen. Ihr habt seine Handwerke in der trankenden Farnam gesehen. Seine Destruktion wird viel tun, um die Sicherheit dieser Stadt zu verhindern. Ich kann mir die witzigen Szenen an eine Hand abzählen. So, damit habe ich mit allen gesprochen. Dann laufe ich kurz hoch.